Moin Freunde, herzlich willkommen zurück zu Metroid Zero Mission. Haha, ich hab ein bisschen Angst davor, was heute passieren wird. Denn beim letzten Mal sind wir durch Chozodia ein bisschen durchgerallt, haben hier die Chozuruinen gefunden. Das ist, glaube ich, dieses große grüne Areal, das hier um uns herum freigelegt wurde. Und ja, das war schon ziemlich aggressiv panikmachend, dieser Part. Ihr erinnert euch vielleicht, ich bin auch einige Male gestorben. Das war aber trotzdem insgesamt lustig. Eigentlich schon auf eine gewisse Weise fordernd und auch anstrengend. Also ich hab danach jetzt erstmal meine Waschmaschine unten eingestellt, mit mir einen schönen Tee gegönnt, einen Prost an dieser Stelle. Aber ich dachte mir jetzt, es muss doch auch mal wieder weitergehen. Ich will nämlich ein paar Parts vorproduzieren, falls ich mal wieder ein bisschen mehr für die Uni machen muss. Wie auch immer, hier haben wir am letzten Mal einen Energietank gesehen, so von unten. Und der ist hier hinter dieser Tür gewesen. Aber wenn wir jetzt gucken, dieser Typ, der Halter von seinem Energietank, das ist doch auch sein Penis, da kannst du mir nichts erzählen. Wie der da guckt, ne? Wieso ist mir das beim letzten Mal eigentlich nicht aufgefallen? Man weiß es nicht. Und da auf seinem Penis oben drauf war letztes Mal ein Energietank. Und der ist jetzt irgendwie verschwunden. Und ich weiß nicht, Samus, die ist ja so eine Weltraumjägerin. Ich glaube, ich kann mir die Theorie ganz gut zusammenreiben. Eine Kopfgeldjägerin, die war sehr lange Zeit jetzt unterwegs und die will jetzt einfach mal auf seinen Penis drauf. Da passiert ja gar nichts. Wie lame ist das denn? Wo ist der Energietank? Der wurde da einfach weggenommen. Da oben. Der Arsch, ne? Seht das? Der hat den geklaut. Der hat den sich vom Penis dieser Statue weggegrabscht. Und jetzt wird Samus hinterher, weil so was Geiles, was am Penis von so einer Statue geklebt hat, will ja im Prinzip jeder haben. Ja, damit können wir jetzt auch mit den witzigen Penis vergleichen aufhören, Scully. Das ist so unreif. Ich hasse Scully. Oh Gott. Bitte, du kommst doch nicht höher. Ich dachte schon, wenn das Auge links jetzt höher gekommen wäre, dann wäre gleich wieder Alarm. Kommen wir ja drei Feuerwehrmänner rein und meinen, hier Unheil stiften zu müssen. Äh, stopp bitte. Boah. Das ist immer so ein bisschen doof, wenn man nicht weiß, wann diese Augen aufhören. Ihr kennt das ja sicher. Alarm mit den Feuerwehrmännern. Äh, die Uniform. Nein! Ich wollte nicht. Aber hier kommt bestimmt kein Pirat hin. Die sehen mich doch gar nicht. Die wissen gar nicht, dass ich hier bin. Hier kommt tatsächlich kein Pirat. Ich bin überrascht. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass hier jetzt gleich einer kommt und mir aufs Maul hauen will. Wie lange braucht das denn jetzt hier, bis die mal merken, hier ist gar niemand? Da, 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 da. Das scheint wohl so nicht zu funktionieren. Ach, jetzt kommt einer und hat mich doch entdeckt. Aber einen kriegen? Ah, nee, da kommt schon der Nächste. Nein, das wird nichts. Wir sind jetzt gleich wieder tot. Das kennen wir ja schon aus diesem Spiel. Nein, lass mich. Vielleicht schaffe ich es ja doch. Nein. Ich schaffe das garantiert nicht. Jetzt muss ich hier durchkrabbeln. Da kommt schon der Nächste an. Nein, also egal wie schnell Samus rennt. Oh, die haben sich gegenseitig umgeschossen. Ich wusste gar nicht, dass ich so... Och, nö. Das ist ja jetzt frech. Da brauche ich jetzt die Screw-Attack, die ich natürlich jetzt nicht gerade dabei habe. Das könnt ihr ja auch nicht von mir verlangen. Ich meine, ich habe gar keinen Anzug. Wie soll ich jetzt hier eine Screw-Attack durchführen? Aua. Boah, das war ja frech. In die... ins Loch reingeschossen, wo Samus gerade noch am durchkrabbeln war. Das fand ich gemein. Aber gut, ich hatte ja schon in dem Moment, in dem ich von diesem Auge erfasst wurde, gesagt, dass ich vermutlich diesen... diese Konfrontation nicht überstehen werde. Haha, Penis. Und deswegen werden wir das jetzt einfach nochmal probieren. Ey, Leute, diese Statue, die da sitzt, die sieht voll rallig aus, ne? Die guckt da so geil in die Mitte des Bildschirms hier. Moin, Chef. Hast du schon mal meinen Presenter gesehen? Der ist genauso dick wie mein Kopf. Ich weiß, dass das jetzt nicht gerade niveauvoll ist, aber diesen Anspruch habe ich auch nie, erhoben. Und das ist gerade irgendwie so blöd. Und so... Das kann gar nichts anderes sein, Leute. Ihr könnt mir doch nicht weismachen, dass das kein Penis ist. Schneepe. Ja, ich habe nichts getrunken. Doch, ich habe ein bisschen was getrunken, aber das spielt jetzt dafür keine Rolle. Das hätte ich auch nüchtern vielleicht noch wahrgenommen. Ja, da kann ich jetzt noch eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich habe nämlich vorhin, im Kaufpark, hier um Ege, habe ich eine interessante Entdeckung gemacht, nämlich Havanna Club, also diesen Rum, mit Cola in einer Dose. Ja, schlecht war es nicht. Ist natürlich nicht so geil wie beispielsweise... Das ist eine Scheißstelle hier. Das möchte ich an dieser Stelle aber nur mal festhalten. Weil man kann hier nur mit sehr viel Schwierigkeiten überhaupt gescheit springen. Renn, Bitch, run! Scheiß auf den hier. Renn einfach weiter. Aua! Ja, ich kann mir vorstellen, dass das wehtut, wenn so ein Senkel da ankommt und meint, dir auf die Fresse hauen zu müssen. Und wieso machst du eigentlich immer so einen komischen Sprung, indem du deine Brüste rausschiebst, wenn du stürzt, Zähmes? Ich weiß es nicht. Der Part geht genauso weiter wie der letzte. Wie lange soll denn diese Panikmache noch gehen? Die ist ja irgendwo cool, aber Penis, aber irgendwie will ich auch langsam mal wieder zurück zum richtigen Metroid-Spiel gelangen, ne? Ich glaube, wenn ich dieses Item von diesem fiesen, frechen Pirätchen da bekommen habe, dann ist das schon ein wenig in die richtige Richtung. Ja, glaube ich. Aber man weiß es nicht. Ich habe es ja bisher als Energietank bezeichnet, dieses Itemchen. Ja, man muss immer in der Verniedlichungsform sprechen. Das ist so Grundsatz Nummer 7. Aber es kann natürlich auch sein, dass das gar kein Energietank ist. Du kriegst mich niemals, du freches Auge. Vorher kann ich dich eigentlich nicht einfach abschießen. Na, ich würde es nicht riskieren. Es besteht immer das Potenzial. Jetzt komm schon. Ja. Ah, da kommt er. Da ist er. Du kennst, Zähmes. Dein Pferdeschwanz ist viel zu verräterisch. Jetzt ruf, rum, rein. Hier sind Varell. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, sie haben mich. Oh Gott. Das ist ja eine schlimme Stelle, selbst dann, wenn man nicht erwischt wurde vorher. Scheiße. Ich hätte gedacht, dass ich den Sprung schaffe, aber der war zu hoch für mich. Keine Frage. Oh Gott. Aber wir krabbeln irgendwie witzigerweise alle gleich schnell. Scheiße. Das war keine gute Idee, in die Richtung zu krabbeln. Renn, Zähmes. Da hoch. Weiter. 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 Renn. Wieso ist der jetzt schon da? Das ist doch frech. Der hat doch gecheatet. Nein, nicht wieder runter. Same ist rauf, habe ich gesagt. Oh Gott. Ja, das ist hier Adrenalin pur. Ja, toll. Und jetzt? Bin ich wieder durchgepeischt. Jetzt muss ich wieder zurück. Ey, ich weiß gerade nicht, wie ich hier irgendwie dieser Konfrontation auf gute Weise entrinnen kann. Die Richtung kommt mir irgendwie falsch vor. Ja, ich dachte es mir schon. Ja, das klappt nicht. Ja, das war es wieder. Man muss hier wirklich komplett ungesehen durch, glaube ich. Alles andere ist unmöglich. Das ist für so ein 2D-Spiel, ne, ist das verdammt gut umgesetzt. Das möchte ich an dieser Stelle nur einmal festhalten. Also, ich kenne ja viele dreidimensionale Spiele mit, naja, die müssen nicht zwangsweise höchöpenis gute Grafiken haben. Aber, ähm, die sind schon meistens etwas atmosphärischer so in 3D. Aber, das hier ist ein 2D-Spiel, das einem richtig Panik machen kann. Und zwar jetzt nicht, weil das so gruselig ist. Ich meine, man stirbt halt und fertig. Aber man ist halt angespannt, weil man diesen Viechern ausweichen will. Die Musik trägt da auch sehr viel zu bei. Also, das ist schon ziemlich gut gemacht. Man kann sich das einfach nur mal behaupten. Zack, 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 zack. Äh, das Auge hier, das bewegt sich jetzt nach unten hin. Jo, also, ich habe, wie gesagt, ja, um das Thema mal kurz noch abzuschließen, vorhin im Kaufpark so eine geile Havanna Club Cola-Dose gefunden. 0,33. Äh, es rentiert sich so ein bisschen, ne? Da habe ich jetzt mal so umgerechnet. Es rentiert sich nämlich insofern, als dass man, ähm, dafür billiger, also für weniger Geld praktisch, jetzt, das war das richtige Timing, also Rum Cola für weniger Geld kriegt. Aber, wenn man nur rum will, dann rentiert sich das natürlich nicht, das ist klar. So, der da rechts, der jetzt als nächstes kommt, der ist ein Arsch. Wie soll ich dem denn ausweichen? Jetzt ruf. Scheiße, ey, das ist doch völlig unmöglich. Also, das leuchtet mir gerade nicht ein, wie ich diese Ausweich, dieses Ausweichmanöver da machen soll. Alles andere ist ja ganz cool, aber dieses Ausweichmanöver ist mir ein bisschen schleierhaft. Genauso wie dieser Pirat, der dahinter mir krabbelt, es so schnell immer schafft, an mich ranzulangern. REN BITCH! Oh Gott, da müssen wir rauf. Zum Glück kommt mir immer nur, grundsätzlich nur einer hinterher. REN! REN BITCH! REN BITCH! Oh, da, das klappt aber so nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt. Das Problem ist, dass hier gleich so eine scheiß Sperre ist, an der wir nur vorbeikommen, wenn, ach hier, ah, nein, nein, oh, ich dachte, das wäre es jetzt. Hier? Hier? Nein, ach Mann, hier muss doch irgendwo so ein sicheres Areal sein. Ne, ist nicht, aber irgendwie sind die trotzdem verschwunden, man weiß nicht warum. Oh, da geht meine Stimme schon wieder steil, habt ihr gemerkt, ne? Jetzt ist auf jeden Fall die Sperre wahrscheinlich gelöst, oida. Und das liegt nicht nur daran, dass ich erkältet bin, dass meine Stimme hier steil geht, das ist gerade eine echt actionreiche Szene. Da trinke ich erstmal einen Schluck Tee. Wer hätte gedacht, dass Metroid so heftig sein kann? Ja gut, ich kenne Metroid Prime, das ist teilweise auch echt heftig, aber das hier finde ich schon krass, gerade was hier passiert. Finde ich auch so gut, habe ich es bis jetzt noch in keinem Metroid Spiel umgesetzt gesehen. Das ist natürlich auch nicht unbedingt Metroid, was hier gerade abgeht, aber das ist verdammt geil. Leute, könnt ihr mir nicht absprechen, wenn es euch nicht gefällt, was ist hier? Hier hat jemand eindeutig den Wasserhahn angelassen. Da ist irgendwas ganz schief gelaufen. Und jetzt bin ich wieder der durchgepatschte wahrscheinlich, ne? Oida! Was ist hier los? Irgendwelche alten Chozo-Artefakte sehe ich. Und jetzt? Ach, das ist Samus Kindheit, die erinnert sich hier daran, wahrscheinlich, weil sie hier aufgewachsen ist. Das ist die kleine Samus. Ach, ist sie nicht niedlich hier? Oh, ihr vollen roten Lippen. Und jetzt auf einmal so ganz böse, hier im Postbeck ich böse reingeguckt. Okay, was sollte jetzt dieser kurze Einblick? Ach, da gibt es irgendwas durch eine mystische Chozo-Magie. und was? Ach so, ich muss mich bewegen. Hä? Muss ich die angreifen? Nee, ich roughs gerade nicht, Freunde. Was ist hier gerade los? Äh, was will das Spiel gerade von mir? Muss ich mich töten hier im Prinzip? Ich habe keine Ahnung, was das hier gerade ist. Das ist zwar cool, aber... Ja, aber so sterb doch ich. Hä? Leute, was ist hier gerade geschehen? Ich bin völlig ratlos gerade, Leute. Das ist mir jetzt gerade, aber... Ist das Spiel gut? Da ist wirklich... Also... Jeder, der dieses Spiel als Remake des Originalspiels bezeichnet, der lügt. Ja, können wir die Cutscene irgendwie überspringen? Ja. Aber wie... Was? Hä? Hä? Was ist hier los? Also müssen wir wieder... Wir müssen ja wahrscheinlich irgendwie offenbar diese Samus darin töten. Aber... Ich meine, das ist erstens nicht nur sehr unfreundlich, wenn man drüber nachdenkt. Aber offensichtlich passiert da auch noch mehr. Denn jetzt gleich kommt wahrscheinlich wieder genau dieser Mist hier. Aber wir dürfen nicht sie töten. Wir dürfen sie nicht töten, sonst sterben wir. Okay, okay. Leuchtet ein. Wir dürfen sie nicht töten, aber wir müssen sie offenbar verwunden, damit wir diese andere Sequenz lösen können, indem da auf einmal der Typ anfängt rumzufladdern. Ja, das ist schon mal soweit logisch. Okay, neuer Versuch. Wir dürfen sie nicht töten, aber wir müssen sie schwächen, scheint's. Okay, los geht's. Senkelparty Dingelingeling Alle Rallys singen Senkelparty Dingelingeling Alle Rallys singen Ja, irgendwie ist die Szene ein bisschen komisch, möchte ich an diese Sternfrau mal behaupten. Bats Bang! Aua! In deiner Fresse Und jetzt fängt er an zu fliegen, oder was? Nee. Jetzt? Hey, wieso ist er jetzt Ich raff grad nicht, was das Spiel von mir will, Leute, also da können wir jetzt viel erzählen. Ich mein, ich versuch's jetzt noch einmal, dann beende ich den Part, der ist dann schon bei 15 Minuten wieder angelangt, aber ich bin gerade echt deutlich überfragt. Ihr müsst mir jetzt auch keine Tipps hier drunter schreiben, ich werd das schon irgendwie hinkriegen und zur Not schau ich jetzt nach, aber ich mein, ich mach jetzt eine lange Metroid-Aufnahme, deswegen bringt das jetzt nichts, wenn ihr mir hier Tipps drunter schreibt. Aber ich raff's einfach grad nicht. Was hier was die hier von mir wollen. Ah, ich seh schon, ich muss, oh da, da ist er. ich muss das Vieh treffen. Au, du Arsch. Wenn es gerade so eine Verformung hat, so eine Permutation praktisch. Äh, nee, das hat nichts mit Permutationen zu tun, tut mir leid, das war falsch für alle Mathematiker unter euch. Aber so eine Mutation eben, so dass da so ein komisches Symbol ein, da war's, scheiße. Ach, das ist eigentlich ein relativ kulanter Kampf, wenn man erstmal weiß, was dabei, nein, verlangt ist. Ja, ich hab's vorhin einfach nicht gerafft, Leute, tut mir leid. Nein, das wäre er gewesen. Vor allem, dass der so scheiß Blitze, nein, da wäre er. Aua, jetzt darf ich mich nicht mehr selber treffen. Oh, oh, das ist ja frech. Na gut, Freunde, beim nächsten Mal denke ich aber, schaffen wir das, diesen komischen Golem, oder was das sein soll, zu besiegen. Ich freue mich sehr darauf, der Part war jetzt ein bisschen inhaltlich relativ kurz, ich hab nicht so viel geschafft, wie ich es schaffen wollte, aber das liegt auch daran, dass das eine schwierige Stelle war und immerhin war er doch recht actionreich. Ich denke, das kann man mir nachsehen. Ich hoffe, dass es euch auf jeden Fall genauso viel Spaß gemacht hat, wie bei mir und dass ihr dann beim nächsten Mal, wenn wir diesem fiesen Frettchen ja das Handwerk legen, dass ihr da wieder einschaltet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Scali, der Rally.